Musik Liebe Mitmenschen, liebe Mitwirkende, Die nächsten drei Tage führen wir die Landschaftsheilungsseminare durch in Böblingen, Frankfurt, Brehmagen und Sintzig. Wir bereiten uns jetzt schon wieder für die nächste Saison. Das in aller Kürze, es kommt noch mehr. Seit gestern erlebe ich eine Aufbruchstimmung. Und was heute Nacht passiert ist vom 20. auf der 21. bei uns direkt bei einer Transformation, das erzähle ich euch dann nächste Woche. Das hat es in sich und das ist wegweisend für unsere Zukunft. Heuer Bauer, Hugo Mörle. Zu den Landschaftsheilungen bringe ich auch Lebensmittel mit, Humisalwasserbelebungen, Humisalmater. Amulette habe ich momentan keine, aber Silberlinge bringe ich mit und die Humisalerde. Ja, also es wird wirklich spannend werden bei diesen drei Landschaftsheilungen. Zumal ich jetzt im Vorfeld auch sehr heftige Widerstände erlebt habe. bis zum nächsten Mal. Also, wieder auf dem Wegwe pren Mikrofon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.